Nach gestern fühle ich mich richtig gut und bin sehr motiviert. Ich bin gespannt, was geht. Die Konkurrenz ist richtig hart, aber ich denke, das wäre ein gutes Rennen. Natürlich ist es zu, dass ich gewinne heute, ich habe eine starke Konkurrenz heute. Es wird sicher ein heißer Fight und ein hartes Rennen heute. Bis zum nächsten Mal. Lästiger Streckenoffer und was hat vollgelassen, ist die Zuschauer, die haben mich reingetragen auf der Streckenbahn. Überall Zuschauer haben mir einen Namen geschrien. Also ich bin jetzt wieder überall glücklich und dankbar, dass ich gewonnen habe. Ich bin total zufrieden. Hat auch nur funktionieren können, weil Doni, der Palzer Anton, krank ist. Aber die Chance habe ich gewittert. Und wahrscheinlich das einzige Mal in meiner Sportlerkarriere, dass ich mir einen deutschen Meistertitel holen kann. Ja, ich muss sagen, ich habe mit dem überhaupt nicht gerechnet. Eine Dame hat mir dann einmal an der Strecke zugesagt. Ja, First Lady. Da habe ich mir gedacht, okay, müssen wir schauen, das ist ins Zyklwerk und es hat gut funktioniert. Ich freue mich sehr. Sehr zufrieden. Was uns sehr freut, ist die gute Resonanz auf dem Sprint. Also ich bin beim Sprint und auch nach dem Sprint und heute von sehr vielen Leuten angesprochen worden, ob wir eine Nummer wiederholen. Heute das Vertical war ja auch schon ein bisschen bekannt. War halt leider ein kleines Baustellenrennen. Aber trotzdem haben wir es, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Also sehr zufrieden eigentlich. Also ich möchte mich bei meinen ganzen Helfern bedanken. Das sind ja bis zu 70 Personen, die am Berg unterwegs sind. Genauso möchte ich mich bei unseren Sponsoren bedanken. Ohne die wäre das jener Stier so nicht möglich. Sponsoren bedanken.